In diesem Video möchte ich das Schlafsofa Chicago der Firma B-Femmes vorstellen. Das Sofa besticht durch seine moderne, sachliche und auch hochwertige Optik. Der Bezug ist in dem Farbton Cappuccino gehalten. Die Struktur des Stoffes ist eher robust, lässt sich gut absaugen und zeigt nicht gleich jeden kleinen Fleck. Das Sofa ist an der Rückseite bezogen, sodass es nicht nur an der Wand, sondern auch mitten im Raum platziert werden kann. Ist das Sofa zusammengeklappt, so nimmt es einen Platz von 2 m x 95 cm in Anspruch bzw. als Schlaffläche von 2 m x 1,46 m. Damit passt ein Spannbettlagen wunderbar auf das Sofa hin drauf. Die Federkernpolsterung ist nicht nur im Sitzbereich, sondern auch in der Rückenlehne mit eingebaut. Und damit ist dies ein guter Qualitätsfaktor für dieses Sofa. Die Höhe der Rückenlehne fällt bei diesem Modell allerdings etwas niedriger aus. Das ist dem modischen Erscheinungsbild geschuldet und lässt sich mit den dazugehörigen Kissen ganz nach Bedarf einrichten. Durch die etwas feste Polsterung und die Sitzhöhe eignet sich das Sofa auch für ältere Menschen. In den Kundenbewertungen bei Amazon kann man nachlesen, dass manche Kunden schon bereits mehrere Jahre auf diesem Sofa schlafen und es sich immer noch keine Kohle gebildet hat. Mit der ausgeklügelten Ausziehtechnik gestaltet sich der Umbau vom Sitzmöbel zum Schlafmöbel sehr bedienerfreundlich. Die Armlehnenkissen sind lose und damit abnehmbar. Damit ist es auch möglich nur mal eins wegzunehmen und das andere als Kopfstütze zu verwenden, vorausgesetzt man möchte mal alleine auf der Fläche schlafen. Der Bettkasten mit seiner Abmessung von 1,45 Meter Breite, 54 Zentimeter in der Tief- und 19 Zentimeter in der Höhe bietet genug Stauraum für zwei Federbänden. Das neue Sofa kommt verpackt in drei Paketen und ein Kunde auf Amazon schrieb beispielsweise, dass die Entfernung der Verpackung länger gedauert hat als der Aufbau selber. Das Verpackungsmaterial wird durch die Mitarbeiter der Spedition gerne wieder mitgenommen, sodass du dir auch keine Gedanken um die Entsorgung des Mülls machen musst. Die Lieferung erfolgt zudem von dir mit der Spedition festgelegten Termin bis in deine Wohnung. Der Aufbau des Sofas gestaltet sich sehr simpel. Als Hilfe liegt eine aus mehreren Seiten bestehende Anleitung mit bei. Ebenfalls sind einige Pflegetipps vorhanden. Beim Aufbau des Sofas ist es natürlich ganz gut, eine zweite Person dabei zu haben. Es ist aber auch möglich, das Sofa alleine aufzubauen. Und es ist auch nicht verkehrt, wenn du beispielsweise etwas mehr Werkzeug als einen normalen Schraubendreher hast. Beispielsweise hat sich ein Akkuschrauber gut bewährt. Alle Beschläge und Plastikteile sind bereits vormontiert. Zuerst werden die schweren und soliden Chromfüße aufgesetzt, mit Schrauben befestigt. Danach wird der Bettkasten angeschraubt, beide Teile zusammengefügt und das war es im Prinzip schon. Das Fazit vieler Käufer bei Amazon ist, dass hier das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und man schwer in Möbelhäusern so ein Angebot findet. Dieses Sofa kostet bei Amazon um die 350 Euro. Den Link dazu findest du in der Beschreibung unterhalb dieses Videos. Und wenn du weitere Informationen rund um das Thema Sofa haben möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Dann bekommst du die neuesten Informationen sofort und aktuell in dein E-Mail-Postfach geliefert. Wir werden uns dann im nächsten Video wiedersehen.